ja willkommen mein name ist der new lp und ich begrüße euch zurück zu let's play valkyria chronicles ich kann den kursor nicht bewegen verdammt so in der letzten folge haben wir einige nebenquests gemacht lasst mich mal kurz gucken eigentlich hier ja genau wir haben lagos geime gemüse vorliebe entdeckt und alishas geime brot vorliebe und wir haben echt merkwürdige mitglieder 1 27 und ich würde mal sagen wir machen jetzt meine story weiter und zwar kapitel 9 mit sommer incident alles klar ich sehe kommen wir wieder nur cutscenes na gut dann wird ein sehr produktiver part aber das muss sein die invitation oder oder immer sagen die einladung irgendwie so hat ja blumen okay ob sie noch mal nicht ja wer ist doch noch mal herr fall ich glaube ich da aber egal Das war's für heute. Ah, mir liegt eher Natur. Was sagst du, Wilkin? Es ist keine Möglichkeit zu befreien. In den Gariakow-Landgreeze-Käden, in den alten Valkyria-Jungen, in dem ich die Valkyria-Jungen habe. Das heißt, ich weiß nicht, dass die Valkyria-Jungen auch ein Valkyria-Jungen sind. Wir haben ja gesehen, wie das erste Treffen miteinander war. Wenn der Valkyria ausgegangen ist. Seht ihr, er denkt auch daran. Wenn der Valkyria-Jungen ist, dass wir die Valkyria-Jungen nicht vergessen haben. Dann gehen wir morgen auf Landgreeze-Käden. Das ist alles klar. Wir haben Vögel. Okay, was optional ist. Jetzt gucken wir uns natürlich an. Schloss and Grits. Wo sind wir denn da? Ja. 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 Jo. Ja. 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 Das kann man auch irgendwie falsch verstehen. Keine Gasbüschel. Sieht aus wie meine. Ich weiß nicht, wie ich das kreis. Ich weiß nicht, wie ich es nicht so interessiert habe. Ich weiß nicht, wie ich das kreis. Ich weiß nicht, wie ich es euch. Hallo, wie ihr seid? Hi, das ist Eretti, oder? Vielleicht ist es das Kreis? Vielleicht ist es ein Kreis? Wir haben auch einen Kreis-Kreis-Kreis-Kreis, aber es ist auch ein Kreis-Kreis. Das war's für heute. wir haben uns in guter haus war von eventen für heute entfernt vom Gut. Was passiert? Aber ich habe mich nicht glücklich, dass ich mich nicht so glücklich fühle. Ich werde mit dem Garia-Konflug und dem Kletzlager einigen Wettbewerb, dass ich die Ereignisse und der Wettbewerb des Wettbewerbs und der Grenzen des Garia-Konflug. Herr, dass ich den Garia-Konflug und der Garia-Konflug habe, dass ich mich nicht so glücklich machen möchte. Wie auch immer, man sieht demotiviert aus. Der linke Typ erinnert mich irgendwie an Charles aus Code Gears, der Vater vom Hauptcharakter. Wahrscheinlich hat er aber die gleiche Stimme, weiß ich jetzt nicht. Ruf! Das ist die Möglichkeit, die Europäische Union zu retten. Ich bin der Beste, aber nicht nur die Ghali-Abergenheit, die ich als die Regier-Abergenheit und die Regier-Abergenheit. Warum können die Imperialen das nicht verstehen? Ja, was auch immer. That face. Ah, vielleicht wollte ich auch lieber Vögel sehen, na gut, der Valkyrium Bloodline, Valkyrische Blutlinie, ja, ja, ich frage mich, wer in diese Szene hier vorkommt, vielleicht ist es ja Charles, ich weiß es vor kurzem, mein Kollegen war, diesem Typen, der jetzt hier auch da vorkommt, das wäre richtig ironisch. Ab mit dem Kopf. Ich bin jetzt noch nie. Ich gebe es dir. Ich bin ganz gut. Ich bin auch nicht dafür. Cordelia, du hast mich, die alle zusammengekommen, die ich mit den Räumen und den Zusammenfragen? Ich weiß nicht, was ich wirklich nicht so gut sagen kann. Ich weiß nicht, was ich sagen. Ich weiß nicht, was ich nicht so gut sagen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht so gut sagen kann. Aber ich weiß nicht, dass ich die Besuch der Kirche des Vögel nicht verletze. Konos, ich weiß nicht was das bedeutet. Maul, die war richtig deprimiert. Ich bin ein, was ich. Ich bin ein, ich bin ein. Ich werde es tun. Ich werde mich als die Fahrer wiederholfen. Ich werde mich übernehmen, und dann gehen Sie an die Fahrer. Ich werde mich hier verletzen. Ich bin ein Wettbewerb. Ja, ich bin ein Wettbewerb. Was ist jetzt passiert? Irgendwie nicht. Wir haben sie doch gerade gesehen. Was ist eigentlich ein Mensch zu retten? Hatten Sie sich auf, dass sie eine Frau, um die Frau zu retten? Ich habe mein Herz, die Frau, um die Frau zu retten. Sie haben einen Mann, die Frau aus dem Weg mit ihren Klemenskern gezogen. Dann geht's. Lass uns mit dem Frau und Frau kurz nachdenken. Das ist ja. Sieg, Giuhter. Sieg, sofort an die Frau. irren squad so träume vom himmel okay wir haben noch zeit zu träumen ist eine prinsessen die ja gekidnaht worden ne wo es passiert los wo es also Oh, oi, Krys, was das Gerät ist das Gerät? Das ist ein Flugzeug. Es ist ein Flugzeug in der ersten Flugzeuge. Es ist ein Flugzeug und ein Flugzeug. Oh, das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Oh, ich habe es. Oh, ich habe es. Oh, ich habe es. Oh, ich habe es. Oh, Isara, das ist es für heute Abend. Was ist hier? Vielleicht ist diese Flugzeug, Isara, ist es? Ja. Es ist noch ein Zeitpunkt, aber ich habe die Karten. Oh, Isara. Oh, Herr, du hast es? Sie haben nur eine Karten. Ich habe die Karten. Es ist eine Art von den Karten. Oh, das ist ein Flugzeug. Oh, das ist ein Flugzeug. Oh, das ist ein Flugzeug. Wenn du hierher bist, dann kannst du wieder fliegen. Oder die Garlia fliehen? Ich möchte das an Ihrem. Ich wollte mich auf die Karten. 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 Schon wieder auf Wüsel schauen? Ernsthaft? Kannst du nebenbei auch noch eine Atome bebauen, mit dem wir das Imperium in die Luft jagen können? Ich schlag ja nur vor. Das war's. 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 Das war's.